Herzlich Willkommen bei FCB TV zu diesem absoluten Kracher in Manchester. Wir kommen genau rechtzeitig bei der Mannschaft in dieser Sekunde auf den Rasen gekommen. Ganz wichtig, dass er wieder fit geworden ist für dieses Spiel. Arjen Robben, diese Kulisse hier, die ist wirklich atemberaubend. Und jetzt startet das Spiel. Manchester United stößt an. Valencia im Sechzehner überlässt für Rooney und dann das 3 zu 0, das gibt es nicht. Nani schießt das 3 zu 0 für Manchester United. Wahnsinn. Wahnsinn, was Manchester United hier spielt. Tja, und jetzt wird es natürlich verdammt schwer für den FC Bayern München gegen diese Truppe von Manchester United. Aber die Bayern mit dem Gegenzug. Tor für die Bayern, Ivica Ulic. Das ist ja unglaublich. 3 zu 1, Ivica Ulic macht hier aus dem Nichts das Tor für die Bayern. Und jetzt ist wieder alles offen, würde ich sagen. 3 zu 1, unglaublich. Das ist aller Ehren wert, dass die Bayern sich jetzt hier nicht hängen lassen. Und jetzt ist doch wieder alles möglich. Er kriegt Gelb-Rot. Unglaublich. Raphael runter. Und das könnte natürlich jetzt eine spielentscheidende Situation gewesen sein. Jetzt Arjen Robben. Eine Fackel. Tor! Tor! Das ist Wahnsinn! Arjen Robben macht das 2 zu 3. Das ist ja unglaublich. Was für ein Schuss! Das ist nicht zu glauben, dieser Junge. Schießt das 2 zu 3. Wie Lothar Matthäus zu seinen besten Zeiten. Das ist unfassbar. So ein Tor. Das schießt du eigentlich nur einmal im Leben. Arjen Robben. Und die Bayern sind jetzt im Halbfinale, wenn es dabei bleibt. Er pfeift ab. Bayern ist im Halbfinale. Das gibt es nicht. Die Bayern verlieren 2 zu 3. Sind aber im Halbfinale. Hier hat man 2 zu 3 verloren. Und man ist auch weitergekommen. Durch Arjen Robben und sein Bilderbuch-Anschlusstreffer zum 2 zu 3. www. jogo.ltb.info